Zack, 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 ey. Daran könnte ich mich gewöhnen. Yo Leute, was geht bei euch? Bei mir geht es weiter mit dem Leveln in COD Cold War und passend dazu habe ich mir sogar mein Cold War T-Shirt angezogen. Pass auf, hier. Geiles Ding, Junge. Munitionsketten und aufs Band gelatscht. Hier steht ja Cold War drauf. Geile Sache, was? Geile Sache. Ich gehe ein. So, genug Scheiße gemacht. Jetzt geht es los mit dem Video. Ich ziehe mich bloß nochmal schnell um. So kann es ja nicht weitergehen. Müdigkeit nagt an meinen Gebeinen. Herrschaft. Meine Schneemap gefällt mir. Was denn zur Jahreszeit? Keine. Glücker. Glücker zum Stand. Wir nehmen Bravo ein. Hallo Welt. Deckung, 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 Deckung. Da oben kann man langlaufen, oder? Sieh an. Sieh einer an. Was erwartet mich für dich? Okay. Nein! Sehr schön. Nein! Oh Mann! So. Von wegen Schrotflinde, Alter. Ja, werde ich mal deine Schrotflinde in den Arsch stecken. Junge! Oh, AK Level 7. Es geht voran. Hör es zu. Scharfschütz, ich hör's. Da steht er. Oh, er hat ein Schrotflinde aufgestellt. Kämpfer erlegt, feindliche Fußpatrouille. Was, feindliche Fußpatrouille? Was soll das sein? Ich bin blind und tot. Noch die Einstellung. Ich hab keinen Bock eigentlich. Ich will nur zocken, aber die Einstellung müssen ja auch gemacht werden. Meine Maus-Sensi stimmt noch nicht so richtig. Da muss ich noch was drehen. Und dieses komische Laufverhalten. Ich will das nicht. Ich will, dass er läuft, wenn ich die Schifftaste halte. Das muss ich auch noch einstellen. Shit. Shit. Ich bin hinter ihren Linien. Kumpel. Ja, Kumpel. Alter, ein. Glück gehabt. Da fiepst du irgendwas. Ey, alle. Kam ja reingeflogen. Wieder Sensen, Mann. In Westform. Eine Leiche mehr. Schade. 33,25. Level 9. Sehr schön. So, einmal war ich schon auf dieser Map. Gefällt mir gut. Junge. So, jetzt nicht mehr, Freundchen. Ja, aber ein Schritter. Okay. Nur ans Bein geschossen. Aber man merkt es schon. So richtig. So richtig fit bin ich auf der Map noch nicht. Sehr gut. Sehr schlecht. Ey, wieso hat es denn nichts verrissen? Boah, Alter. Krass. Ey. Ausgetrickst. Der Tod von oben. Oh ja, Glück gehabt. Da noch mit der letzten Kugel. Naja, einen neuen hatte ich noch, aber. Schön von hinten, Sohn. Ja, da auch nicht schlecht. Nein. Stell ich das Ding hin? Ja, ich will es ja... Ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Waren wieder das gleiche. Ja, ich weiß. Ich suche bloß einen Ort, wo ich es hinhauen kann. Stell ich es mal hier hin? Keine Ahnung. Oh, Feinde haben mein Geschütz zerstört. Was für ein Scheiß. Völlig umsonst aufgebaut. Schön in den Schädel geschossen. Nein, die Granate hat auf mich geworfen. Ach, hockt da schön in seiner Ecke, Alter. Wie der aus dem Fenster geflogen kam, Alter. Was war da los? Schimmelpeter. Alter. War das Schimmelpeter? Oh, da ist noch wieder einer. Schnell weg. Weg hier, weg hier. So, da schieße ich eben von hinten tot, aber... Was ist das? Zack. Bam. Wir haben uns an seiner Ecke hängt. Nein. Huh. Ah. Ja. Ja. Nein. Niederlage. Scheiße. Ey. Bester Moment wieder mal. Der alte Senseless, Junge. Hier, zieht's euch rein. Die Scheiße. Und da oben jetzt auch noch zwei. Zack. So schön. Und du auch noch. Nein, dann zeigen sie dir noch nicht. Hätten wir mal die komplette Strik zeigen können. In Miami. Wir sind in Miami. Grünes Licht, grünes Licht. Boah, ich seh nichts. Grünes Licht, Idiot. Hier ist gelbes Licht. Der Start ging an mich. Hey, der Start ging an mich. Hat sich einer wieder übergeben. Hör. Hat gekotzt. Wieder gesoffen. Die Nacht zum Tag gemacht. Zack. 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 Ey. Daran könnte ich mich gewöhnen. So ist das schön. So, meine Beute einsammeln. Ui. Das snipet einer, was? So. Au. Au. Was stecken die Ratten? Nein, schade. Oh. Deine Marke gehört mir. Er ist ein Deckung und Gang. Mist, wie komme ich hier hoch? Stopft noch da oben rum. So, jetzt habe ich deine Marke trotzdem. Hä? Nein. Renn da weg. Warum? Bleib stehen. Nachläufe. Da oben stapft auch schon wieder einer rum. Kumpel. Kumpel. Ja, außen kann man also lang spazieren. Sehr schön. Männliches Ziel entdeckt, Alter. Macht es einen Unterschied? Ob es männlich oder weiblich ist? War abgeknallt. Oh, Alter. Nein. Oh, fuck. Hätte ich sie auch am Stück gekriegt. Oh, ich dachte, der nächste war bloß zum Kack-Blumentopf, Alter. Ey, bin ich doof? Snipe-Tasche. Eck. Oje. Alter. Genau, du Schwächling. Wie habe ich die Fresse weggeschossen? Läuft da einer? Kumpel, pass auf. Hier läuft einer. Okay, Kumpel. Naja, die haben sie trotzdem in den Arsch aufgerissen. Oh, ihr faucht's. Wir fliegen die... Wir fliegen die... Kugel nur so an mir vorbei. Nein! Ich muss niesen. Ey, geil. Junge, ich spring hier rum. Parcours. Vom Feinsten. Hier lag der Schimmelbäder auf der Erde. Oh, den haben sie schon erschossen. Hä? Mist! Da war die Marke weg, kurz bevor ich sie holen wollte, Alter. Was für ein Scheiß. Anruf. Es klingelt. Alter! Habe ich dem noch in die Fresse geschossen? Arme Lenkladung entdeckt. Zack. Hat Kumpel weggeholt. Hopp. Hopp. So, jetzt kenn ich mich... Au! Jetzt kenn ich mich aus. Was fährt da rum? Was war das? Also, ich mach die Knarre leer. Puh. Sehr gut. Angriffshelikopter. Und meine Amazon-Bestellung ist auch noch da. Hast du dir so gedacht? Was? Oh, shit. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, wahrscheinlich der Kumpel ist schon erschossen. Oh, hier kommen die Patronenhülsen von oben runter. Geil. Geiler Hubschrauber. Oh, hat er auch mal ein paar Kills gemacht schon? Jetzt. Oh ja. Oh ja. Alter. Eskalt. Weggemacht. Au! Verstecken. Ah! Huhu! Uhuhu! Da dachte er, er war clever und springt runter. Da kommt noch ein Auto gefahren. Sieg! Ey! Exzellente Arbeit, Gentleman. Danke. Wieso war ich nicht bester Moment? Habe ich auch hingekriegt vorhin. Level 14! Level 15! Belohnung, Feldaufrüstung. Was gibt's denn schönes? Oh, oh! 3,5er-Quote. Oh! Plus 8 mal getötet. Geile Runde. Beste Runde. Ich. Ich bin noch ein insurance cooles. Infon scooter. Gut. Sch